Guten Tag liebe Fußballfreunde zum heutigen Mai. Der Stichslinger Hansi Schwach, der Mannschaft des SV Weiß und der SG Nahlbach-Biesbach, heißen wir Sie recht herzlich willkommen. Unser besonderer Gruß geht an die Gäste der SG Nahlbach-Biesbach, die in folgender Formation spielen. Mit der Nummer 1 Florian Busche, mit der 2 Carsten Scherer, die 3 Eduard Kaip, mit der 4 Kevin Bilsdorfer, mit der 5 Uwe Vogel, die 6 Thorsten Triem, mit der 7 Niko Göttelmann, mit der 8 Fabio Sander-Kroce, mit der 9 Raphael Schmidt, mit der Nummer 10 Nikolas Okfen und mit der Nummer 11 Steven Biver. Als Auswechselspieler stehen zur Verfügung mit der Nummer 12 Christian Begging, mit der 13 Julian Kleinschmidt, mit der 14 Christian Mosbach und als Ersatz-Torhüter Andreas Schürer. Der SV Weißkirchen spielt im Tor mit der Nummer 1 Dirk Kimeney, mit der 2 Dirk Lilla, mit der 3 Mario Tolo, mit der 4 Björn Ott, mit der 5 Stine Sinas, mit der 6 Simon Reinhardt, mit der 7 Stefan Straub, die 8 Christian Göbel, mit der 9 Kali Ben-Midane, mit der Nummer 10 Michael Ott und mit der Nummer 11 Denise Schäfer. Als Auswechselspieler stehen zur Verfügung mit der Nummer 12 Frank Ammann, mit der 13 Benedikt Buchmann, mit der 14 Björn Kühn und als Ersatz-Torhüter Jens Lehmann. Schiedsrichter der Begegnung in der Sportskammerade Siegbert Heinrich aus Menning. Wir wünschen im Spiel einen sportlich fairen Verlauf. Das Spiel der zweiten Mannschaften endete 2 zu 0 für die SG Nalbach-Diesbach. Oh, das ist Opa. Oh, das kommt immer nicht. Ich komme mit da. Oh, nee. Ich rufe, da kann ich mich über euch zu heilen. Guck mal, toll. Guten Tag. Oh. Guck mal, Genie. Herder Ball? Ich mache mal einen Biki seinen. Es ist anders nicht mit. Ja, aber muss noch was drauf, muss noch ein Abend sein. Das hat er gut geholt. Aus! Telefon! Bist du hier? Ja. 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 Oh, das ist alles gut. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, geht das lieber? Oh, komm, komm. Ja, komm, komm. Oh, jetzt komm. Oh, treibt er ab. Oh, nee. Oh, ho, 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 ho. Der Ball geht vom Gehirschrei. Ja? Wunderbar. Juhu. Nuller O, darf gar nicht rauskommen. Der Elferl ist gut, der Elferl ist gut. Der Guter Mann. Jawohl. Mit Herzlichen Dank dabei. Noch. Und ich habe kein Herz mit so hohe Ball. Hoch, laut auf 5-7. Ich glaube, ich wollte das erste Spiel denken. Rückwunnen erst. Am Ende der Saison warten wir. Jawohl, jawohl. 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 Samthausende sind wir schon geworfen. So, jetzt war das Ende. Oh, du schießt unbedingt. Jetzt. So, jetzt kommt das ganz lange drin. Der nächste geht rein, weiter so. Der nächste geht rein, weiter so. Schön vor der Halbzeit. Puma hat irgendeinen schönen Schrein ausgemacht. Man hat ja sehr oft den Knie gerutscht. Er hat bald geschnürt, das geht ja. Er war so sein Befreiungsschlaf. Es war eine lange Pause für alle heute. Es war echt ein Schäden. 45. Spielminute, die Gäste gehen mit 1-0 in Führung. Täuschütze war der Spieler mit der Nummer 10, Nikolas Hopfen. Und die ist gleichzeitig in der Hardzeit statt. Uleg, das hat noch nie... Ich kann jetzt nicht, dass ich immer der Arsch für alles bin. Es ist ja auch nicht so... Es ist ja ein Sturmzell. Verstanden heute, verstehe ich doch. Und dann habe ich am Ende... Wir haben gestern eine Entfernung. Ja, ja. In Samstag. In Samstag, wo er frei wird. Weil so eine freie Schule. Jawoll, ja. Das ist doch wirklich ich, ne? Nicht deswegen, sondern einfach nur... Weil... Ich kann mir jetzt die Blühwein in der Face stehen. Und ich hätte immer noch mal kalt. Sie geht mir aber auch. Ja. 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 Oh Gott. Oh ja. Oh, durch den Beinen. Oh. durch die Beinen. Heißt man nicht stehen. Ui! Gott sei Dank. Du bist der Hand raus, ne? Der Klisch. Wenn Dennis hat das geäschelt, dann war er noch frei. Ja! Und lieber, geh doch! Ja! Ja! Nein, nein, nein! Nein! Nein, nein! Ich brauche. Oh Mann! Oh, Mann! Ja! Ja! Ah, schön! Nur wegen dir, weil ich gerade wegen dir nicht fasse. Doch! Ja, Frau! Ja! 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 Halt immer noch! Oh, ne! Oh! Heute will er nicht zurück, ne? Boah! Oh, ne! Lässt du lächerlich! 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 Oh, ne! Lächerlich! Oh, ne! Nee, nee, nee. Naja. Flo, Flo! Komm Flo! Ich habe lange genug geschoben. Ich weiß, wir haben sich schon was. Entschuldigung. Mann! Oh, schieb der deinen weitergeben Arsch! Das muss ich so. Entschuldigung. Jetzt hast du den! Aber den Auftritt ist ja schnell. Wunderbar, wunderbar! Ja! Weiter, Wiesel, komm! Wiesel, komm! Geh! Geh im Kontext. Jawohl, richtig! Geh im Kontext! Geh im Kontext! Ja, das ist nicht so. Geh im Kontext! Ja, der hier immer so war. Geh im Kontext! Der hat ja, äh, Frank hat zugeliegt. Der kommt nicht hoch. Ja, der ist drin! Oh. Geh im Kontext! Ja, der ist drin! Kulik. Kulik. Klasse. 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 Kulik. 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 Kulik Gut. Gut. Geh. Ne, die Kurze hätte er noch nicht holen dürfen. Ja, sogar Heimwaffen mäßig. Egal, ja. Nee, doch geht's! Ach, ich geh runter. So, ich geh dann mal runter. So, ich geh dann mal runter. Tschau. Tschau. Na mit, mein Klammels. Ja, oh! Ja, warte mal. Garnicht, alter. Garnicht, sicher. Garnicht, sicher. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, nee! Oh, nee! Oh, fricken! Komm! Jawoll! 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 Oh, oh! Geh, geh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh, oh! Das war's für heute.